Die Hohentwil lief 1913 in Friedrichshafen vom Stapel. Benannt ist sie nach dem in der Nähe des Bodensees gelegenen Hausberges der Stadt Singen im Hegau, dem Hohentwil, der damals eine württembergische Exklave in Baden war. Im Jahr 1962 wurde sie ausgemustert und zu einem Clubheim mit Restaurant umgebaut. Anfang der 1980er Jahre wurde sie von der Verschrottung gerettet und 1990 war die Restaurierung beendet. Das Schiff hat dank der recht erfolgreichen Renovierungsarbeiten eine Klassifikation des germanischen Leutze erhalten. Ich freue mich heute besonders, dass ich auf dem Schiff sein darf. Ich bekomme einen kleinen Preis für einen preisgekrönten kleinen Werbefilm, den ich in Frankfurt hergestellt habe. Es gibt gutes Essen und besonders schön ist, dass der Preis mir auf der Hohentwil überreicht wird. Mit 40 geladenen Gästen, die um mich rumstehen und dann vielleicht sogar noch klatschen, freue ich mich natürlich, diesem Preis entgegenzunehmen. Ich werde weiterhin viele Filme machen und euch damit vollsülzen. Die Hohentwil war für mich persönlich ein tolles Erlebnis, da ich schon als Kind einmal auf diesem Schiff mit meinen Eltern gefahren bin. Das ist ein tolles Erlebnis, das ist ein tolles Erlebnis. Das ist ein tolles Erlebnis. Vielen Dank.